Also was wir jetzt hier haben ist X4 Foundation unter Linux mit OpenTrack Support. Da gibt es in Einstellungen, Steuerung, einen neuen Menüpunkt, OpenTrack, OpenTrack Connection Established, hier ist das OpenTrack, wir haben den NeuralNet Tracker aktiviert aktuell, als Output haben wir UDP Open Network gewählt, Tracker ist gestartet, OpenTrack Connection ist established und damit haben wir in X4 Foundation unter Linux endlich, nach all diesen Jahren ebenfalls natives Head-Tracking und können uns in unserem Schiff rumgucken. Das ist so toll! Dann möchte man kurz was demonstrieren und wird direkt vom nächsten Xen genervt. Also ich hoffe die kleine Vorstellung hat euch gefallen, ich freue mich an Keks. Nach so vielen Jahren benötige ich keine Proton Version mehr, keine Windows Version mehr mit Proton unter Linux, sondern ich kann die native Version von Linux nehmen. und kann endlich mit meinem Kopf bestimmen, wohin die Kamera kommt. Ja, das ist schon ziemlich geil mit dem Head-Tracking jetzt in X4. Ich würde gerne noch viel mehr dazu sagen, aber erstens fällt mir nichts ein und zweitens bin ich etwas heiser und habe kaum meine Stimme heute. Dann sehen wir mal zu, dass wir noch vor der Teile einlaufen. Jetzt haben wir es geschafft. Okay. Erfolgreich angedockt. Ich denke das ist es dann auch gut. Willkommen! Willkommen auf Wellenbrecher Reisende. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. 智ühende Zugang Point ich